Herzlich Willkommen zu Pony Slay Station. Wir spielen heute League of Legends, ähm Kluft der Beschwerder. Ich spiele Taric Support. Und ich spiele Varus AD Carry. Lichtbogen Varus AD Carry. Ja, Blutjaspis Taric. Oh ja, jetzt fallen wir gleich voll episch von Mümmel. Ha, fast! Und ich hab mein Ton viel zu laut. So, ich hab grad vor lauter Aufregung auf die neue Map total vergessen, was ich jetzt für Items kaufen muss. Yay! Also das weiß ich mal. So, dann war das auch ganz wichtig und vielleicht sollte ich die Felle kaufen. Die Felle brauche ich auf jeden Fall. Ich hab ein... Warum hab ich... Verdammtlos, der bisher hat. Und das, glaube ich, muss ich kaufen. Warum vergesse ich das jetzt wieder? Das ist ja voll peinlich. Ja, das dann muss ich kaufen. Und dann kaufen wir noch... einen Mana-Pod. Und dann kann's losgehen. So, äh, für mich ist das das erste Mal, dass ich nur neue Karte spiele. Ich hoffe, ich verkack hier nicht einfach total. Kann es sein, dass die, äh, Kamera irgendwie jetzt näher am Schlachtfeld ist als vorher? Mir kommt das irgendwie so vor. Ja. Ich spiel die Map auch zum ersten Mal. Das ist sehr ungewohnt. Ich hab nur gelesen, dass die, äh... Na? Dass die, die Creeps im Jungle jetzt irgendwie diesen speziellen Effekt bekommen. Sprich, wenn du einen killst, kannst du dafür einen Ward aufdecken lassen oder sowas. Hab ich gelesen. Ah, ja. Und ich hab mich vorher schon erst mal episch verkauft, indem ich Schuhe, äh, gekauft hab. Ich hab mich verkauft, indem er sich Schuhe gekauft hab. Das ist toll. Ja, aber es ist zu spät. Jetzt kann ich nichts mehr dran ändern. Jetzt muss ich mit der 25% Lauftempo auskommen. Was vielleicht eh nicht mal schlecht ist, weil wir haben einen Bado... Äh, wir haben einen... Äh, Driefen auf der Map. Bases. Oh mein Gott, ein Heimatdinger. Ach ja, du musst ganz genau... Hast du gesehen, wie die Creeps erschienen sind? Nee. Die springen jetzt von der Seite immer her oder so. Das hab ich auch schon gesehen. Ja, das muss ich mir sehen. Ja, wir waren voll wichtig. Ja, ich war aus der... Ich bin aus der Übung. Ich weiß jetzt nicht... Ich weiß übrigens immer noch nicht, wann genau diese blöden Creeps spawnen. Äh, 1,55. Äh, ja. Sie versuchen mal voll aggressiv zu spielen. Warte, warte, warte. Ich komme. Fuck. Voll verfehlt. So gehört's. Was ist denn mit dir verkehrt? Äh, der Trash ist irgendwo im Buch. Willi nur was pflichten, warum wenn der Trash ist? Jo. Warum nicht? Jetzt immer noch im Buch. Ich gehe rein. Aber mehr, ne. Jetzt mit dem... Blum, blum, blum. Nein, Schaden. Blum, blum, blum. Äh, ich brauche Leben. Hallo, Trash. Hallo, Trash. Hallo. Hast du das gesehen? Failhook Ja, irgendwie schon Hallo Trash Hallo Trash Ah, ich kann mich heilen, juhu Pass auf, der Drelven kommt gefährlich nah Oh nein, ihr habt meinen Busch gewartet Jetzt ist er selbst im Busch Aua Oh nein, wir müssen nicht den Minion stehen bleiben Ups, meine Maus, bin schon wieder Arr Wie sehr ein Maus? Was haben wir gerade gesagt? Hashtag Mausfällen oder? Naja, ich weiß es gar nicht mehr Ha, ich meine Ja, okay Nein, nein, nein Ja, ich bin gleich wieder da Du schaffst das eh alleine Ich habe schon Angst gehabt, dass du das jetzt gewartet Ich habe kurzzeitig mal gehört, dass du das jetzt gewartet hast Oh nein, wir fällen schon wieder Dann hat sich rausgeschaut, ach ja, war nur der Gegner Äh, nee, es waren wir Ja, aber es war, ja Irgendwer anders bin schon wieder auf dem Weg Keine Sorge, du schaffst das, Achtung, lass ihn dich hucken, lass ihn nicht Nein Ach, das ist mir egal Ja, genau Spielen Schiwana hat getranktes Auge gekauft Schiwana ist unterwegs Schiwana, save the day Ich finde immer noch, Thresh ist ein, so ein Blitzcrank-Up-Klatsch Irgendwie So Und er sammelt zielen Das macht sich bemerkbar, dass ich keinen Donuts Blade habe Woops Woops Weiß ich, da kommt gleich ein Trash Äh, ein Draven Okay, bei der nächsten Aktion unbedingt Draven fokussen Ich werde dem so auf die Eier gehen Hab ich gemacht Ich mache den Schaden Weil ich scheiße bin Und jeder weiß Das macht für einen Sinn Mann, warum mache ich so viel Schaden Was soll denn das? Mach mal den Schaden auf die Gegner und nicht irgendwohin Komm, wirf deinen Scheiß Oh, nein, er hat mich da erwischt Den nämlich von hier glaubst du? Ich weiß es nicht Ich hab leider keine Sicht aufs Sicht Also ich hab nicht ihres Sicht Weiß nicht Ich weiß nicht, ich kann hacken Ich kann jetzt hier umschalten Ich kann jetzt sehen, was der Gegner sieht Ich kann jetzt sehen, was ich ... So wie im Zuschauer-Modus quasi Das sehe ich gerade Mit meiner Laterne Und Trash mit seiner Laterne Nö, mit... Ach, verdammt, hey Es ist immer schön, wenn die von mir ausweichen Schlimm wird's nur, wenn die irgendwann versuchen, mich anzugreifen und ich laufe da so rein und... Oh. Und ich will dir dann wieder den Arsch retten, dann sterfe ich dann. Und du sagst dann, warum ich angreife? Er wollte nur ein bisschen trocken. Ja, ich wollte nur trocken. Ich meine, warum greifst du gleich wieder an? So. Mein Spielschirm ist jetzt voll ausgebaut. Ich muss mal schnell warten. Und dann komme ich vom Fluss, wenn sich das anbietet, okay? Wenn sich das anbietet. Ich habe gerade was Lustiges entdeckt. Der Trash hat kein Mana mehr. Ah, sehr schön. Der Draven, nicht der Draven. Okay, ähm, Fokus auf Draven. Ich komme jetzt. Dann komm mal. Aber pass auf, die sind, äh... Ja, wo bist du eigentlich? Mann. Wenn die bei mir stehen, dann geht das eben schlecht. Ich kann mich jetzt noch nicht... Ja, genau, bei dir stehen. Ich habe genau gesehen, wo die gestatten sind. Ja, hook den da. Das war daneben, das war daneben. Da, 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 da. Oh ja, der schwule Schild. Das ist der einzige Vorteil, den er gegenüber Blitzquenker. Der Schild macht nicht auf sich selbst, sondern den macht er auf alles. Die ganzen Blinden. Verdammt. Okay, ich muss, äh, Minions killen. Ich habe gerade gecheckt, was mein Item bringt. Hallo? Ich habe es nicht, äh, die... Ja, jetzt laufen sie weg. Scheige Schweine, ey. Weil, wenn ich das mache, wirst du geheilt. Ah, ja, gut, dann lasst du euch dazuschlagen. Nur halt möglich nicht... Der... Aua. So was macht man nicht, verdammt. Man kann doch... Oh, oh. Was, oh, oh. Ja, was jetzt? Er macht uns in Achtung ping und dann mit ping und hä? Hä? Def, please. Hä? Hä? Draven? Ja, äh, 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 ist voll nicht geklaut, was ich da gemacht habe. Boah, sehr schön, sehr schön. Ja, ich hätte... Nein, nein! Ja, nein, du mein. Ja, ich hätte noch ein bisschen drin. Ach, verdammt, wieso habe ich den jetzt so glücklich geworfen? Cool, jetzt hauer. Aua! Aua! Ich angreife. Ist das schön, wenn man als Supporter tanken kann. Ja, fuck. Und läuft in der Wart aus? Spätestens, wenn der Wart ausläuft, muss ich mich zurückporten, denn ich habe keinen mehr. Aber wir können uns ja jetzt zurückporten, weil die sind beide gerade weg. Nee, der Draven ist noch... Ja, der portet sich gerade zurück. Das war der Trash. Hey, gibt's ein neues Item? Elixir des Ruins, das kenne ich noch gar nicht. Ach, ich bin so alt und scheiße und... Sag mal, ich brauche doch jetzt so ein bestimmtes Vision-Item. Ja, das war ein Vision-Item. Genau, und damit sollte ich mir doch noch ein Wart zu legen. Und dann könnten wir vielleicht auch noch nicht mehr die Boots aussuchen. Ja, sehr schön. Ja, es wird schon, ne? Äh, Moment. Ja, wir haben ein Heimerdinger-Kill. Moment. Was weiß ich noch? Verdammt, geht sich nicht mehr aus. Komm, 10 Gold, 10 Gold, schneller, Händler. Ich stelle mir das jetzt gerne so vor, wie der Händler da mit so einem Stapel Goldmützen steht und dir jede Sekunde eine Goldmütze runterfallen lässt. Der hat Draven in der Haus right now. Und ich bin zu langsam. Ich komme nie rechtzeitig an. Los, zieh den Aggro bloß nicht auf dich. Doch, es ist meine Aggro. Es gibt viele Aggros, aber diese Aggro ist meine Aggro. Das Aggro. Oder nein, der Aggro. So, also. Ha, 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 ha. Jetzt bin ich wieder da und jetzt mache ich wieder null Schaden, aber ich habe jetzt ein bisschen Lifesteal. Ha, 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 ha. Ich mache null Schaden, habe aber hoffen Lifesteal. Trash. Okay, hey, äh, auf ihn. Aber warte noch ein, äh, ich habe keinen Start, ich habe keinen Start. Scheiße, tut mir leid. Es ist zu spät, jetzt ist Trash da. Wette ich mal, weil jetzt, was auch, wir haben hier... Okay, warte, ich muss doch schnell warten, denn... Wir sind alle stehen an unserem Tower, ich habe jetzt keine Lust davor zu rennen, extra. So. Okay, Fokus auf Draven. Die sind beide da. Trash ist im Busch. Du musst ein bisschen weiter nach vorne. Ja, gräb mich doch. Gräb mich doch. Gräb mich doch. Out. Oh nein! Oh, das habe ich jetzt nicht so ausgesehen. Ich stelle mich mal dazwischen, dass ich mich nicht gräbte. Juhu! Hat der sein Ulti schon ready? Hat der schon gezündet? Nee. Draven? Ja, hat er vorhin verpauen. Okay. Bin sofort wieder da. Ja, das hat jetzt voll viel gebracht. Ah, ich habe das Glück, dass die irgendwie nicht gemeinsam angreifen, sondern immer noch Stückchen zwischen... Wow. Hätte sich gerade was reingebautet und sofort Damage kassiert und ich war es nicht. Ja, gut. Ach man, ich brauche... Ich kann das jetzt nicht verkaufen. Wieso habe ich denn nicht... Ah, ich hätte jetzt ganz danken können. Warum habe ich es nicht getan? Mana-Pots werden total überbewertet. Was ist denn das hier eigentlich? Die kristallener Armschutz. Oh. Okay, es hat sich was von den Items geändert. So, on my fucking way. Ah, klick, klick, klick. Nein, nicht das. Ah, klick, klick. Klick, 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 klick. Was er, äh? Watt, das wird... So. So. Nix, ich wollte einen klick, klick-joke machen. ich komme von hier ich glaube es wird das kann nur vor dass sich zurückkehrt ist das ganz sicher wird jetzt recht das nur vor guck mal wo der dritten ist guck mal wo der dritten ist ja guck mal wo der dritte ist und alles und guck mal was wir machen und ich gehe jetzt rein ja reden ist um dann in der dritte oder so bei der dritte was ist denn jetzt ja laterne bei gesauft dann ist das alle und wir wissen es und ich habe keinen mann gib mir den Rest ha 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 ich habe gerade ein Rhein versucht für wissen es haben wir können bei der reihe wir sind in der reihe ohne reihe wenn du mit dem freilich und für wer weiß wird und kann okay bei der Kanzel mit dem Artikel Schiwana oder doch nicht ne die steht da nur was zum geier macht die mit was ist ein Kluftkrabler auch was bei der Busch ist gewartet und Verlust ja gerade noch der Kunde Er wirbelt wieder mit Dax, das heißt, er hilft die wahrscheinlich gleich. Wenigstens geht's Minion-Farm gerade einigermaßen schön. Auch wenn ich gerade keinen Schaden mache und so und ja, was ist denn? Ha! Voll-Faig-Rap. Lass dich zurückfallen, das bringt gerade nichts. Diese Zweifer-Science ist nicht wert. Aber der Draven wäre es jetzt wert. Ja, aber ich habe immer noch Angst vor dem Sint-Flecht, der wurde im Tower drin. Alter, willst du mich verarschen hier, jetzt komm mal leer. Upsi! Ja, das passiert mit Support-Flee einen auf den Sack. Das ist so cool, er steht hier, ich steh hier und er hittet mich. Einfach so, ja, ja, das ist mit seiner Scheiß-Reichweiten-Scheiß-Kette da. Warum ist mein Wartweg, der kann nicht wechseln. Naja, es heißt ja immer, man soll AD-Carry fokussen, aber wenn der Supporter so ein Leben hat wie der Trashgrad, dann äh... Ja, dann muss man das schon ausnützen. Kill ist Kill. Also, man hat 3-Hilfen keinen Mana und äh... Ja, jetzt haben wir eh leichte Spiel. Momentan schon. Außer, dass er jetzt gerade unter Tanta... äh... unter Tanta-Range ist. Unter Tower-Range. Tanta, der neue Tower. Tanta. Tanta. Ha-ha-ha-ha-ha. Verdammt. Ich bereichne uns das kurz aus und port mich zurück, okay? Das? Das Trash ist wieder da. Okay, dann. Ha-ha. Ich mach den Fail-Grab-Counter. Ja, genau, den kriegst du dann ein und dann, äh... ja... Hallo Trash! Ich will darum dich an. Oh! So, in 10 Sekunden kann ich wieder. In 10 Sekunden kannst du wieder. Ah! Das hat Pochis, Ed. Warte mal, ich geh jetzt mal... ach nee, der ist wahrscheinlich gewohnt. Sehr gewartet, ja. Das merkt man ja, wenn die Minutes in den Busch reinlaufen. Ach, schade. Hm, ich habe jetzt auch nichts gesehen. Dementsprechend, ich glaube, der ist schon weg. Ja, toll. Ah, er ist noch da! Sehr schön. Ja, ich gehe hier. Und da ist ein Trash, der äußerst aggressiv spielt. Ja, schmeißen sollt. Joa, lieber Trash. Das war... oh oh. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Äh... ja, das bringt dir viel. Ihr schafft das nicht, ihr schafft das nicht. Verdammt. Neiiiin! Ich schaff das nicht, nein. Ich schaff das nicht, nein. Wagen. Danke. Ich hätte jetzt voll eishaltes Stand. Ich hätte jetzt voll eishaltes Stand. Vorsicht, die, die hören noch nicht auf mit ihrem Scheiß. Sollen sie aber... Oh Gott, der ist wieder ein aufgemisster Cool und heilt sich von Tower. Hä? Und wird dann gleich mal wieder gehitit davon. Ich finde so, dass das Tower-Heal das halt irgendwie was vom Masturbieren. Das sieht irgendwie genauso aus, wie wenn er sich masturbieren würde. So, fuck. Ich weiß gar nicht mehr, was für Items das ich kaufen soll. Scheiße, 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 scheiße. Und das jetzt? Warum ich jetzt... HIT! Ich hab noch alles drauf. Der Gegner hat einen Turm zu stören. Ich hasch den Master Yi. Das ist schlecht. Weißt du, da wirst du vom Tower umzingelt? Und dann, äh, ja. Nein, wir wollen in den Tower! Ja, was du willst du machen mit 3 Chains. Da geht nicht mehr viel. Ich hätte einen High-Train gehabt, den hätte ich nutzen können. Naja, es steht 5-3, aber wir... Er hat eine Kill jetzt überhaupt bekommen. Ich hoffe, der Yi. Ja, der Träven hat ihn nicht, das ist gut. Ich finde, das ist für mich so ein... Äh... Seid ihr für Göttlichkeit? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich hab Stiefel. Das heißt viel. Probier für Kraft. Ja, da ist nichts zu... Oh mein Gott, der ist ein Träven. Der ist ja so, Träven, again! Okay. Na, warte mal, war nicht Träven. Oder doch, sicher Träven. Hallo? Träven? Kommst du spielen? Nein, der steht beim Tor. Zeigling. Der wartet wieder auf seinen Träven, auf seinen Müllsack. Hahaha. Ich hab ihn aber auch getroffen. Oh Mann, 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 die so kann ich da grad nichts machen. Ja, im Fernsehlauf kann wieder der Spot mit der Playstation. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Nein, kenn ich noch nicht. Das ist ein Vater, der will seinem Sohn irgendwie ein Weihnachtsgeschenk machen. Und dann tüftelt der irgendwie an irgendwas Holz... Ich glaub, ein Holzschiff will er bauen. Tüftelt er in irgendein Holzteil rum. Sehr schön, zurückfallen lassen. Das wird nichts. Und äh, sieht man voll, dass er voll verkackt und so und dann kauft er den Kind in Playstation. Nein! Das High-End-Spiel ist das gleiche. Das ist nicht mehr oder? Äh, ich war grad gesloat. Ich kann jetzt dann... 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 Ich hab ganz dann ready. Oh ja, jetzt wollte ich uns noch voll reingreben, die so. Ich jetzt einen Assist bekomm? Ah, Drache, mach mal Drache. Drache, Drache. Hey, sieht er jetzt irgendwie aus wie ein Proto-Drache? Ja, ja, Proto-Drache aus WoW. Ja, das, äh, ist bei Blizzard. Hat er... Anteile an LOL gekauft und deswegen bitte jetzt schau. Und jetzt wird eine Live-Anzeige gegeben. Du meinst, äh, LOL hat Anteile von Blizzard gekauft? Ja, immer. Was? Drache plus eins Attack-Bonus? Ist da grad irgendwas von Attack-Bonus gestellt? Oh, oh, ein Drachenbezwinger. Wenn du einen Drachenbezwinger schießt, du einen Teil seiner Macht, wenn du fünf oder mehr... Warte. Warte, ich muss mich bewegen. Wenn du fünf oder mehr erfährst... Wenn du fünf oder mehr Drachen getötet wurden, wird kurze Zeit Aspekt der Drachen gewährt. Oh, und der gibt ziemlich viel Bonus. Oh, ich stehne den Busch, das ist ja scheiße. Ja, was ist das du? Die doch nicht im Busch. Verdammt. Huch! 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 I want a hug! I want a hug right now! Ja, pass auch, ja. Der muss erst immer eine halbe Stunde schwingen, bevor er den Hug machen kann. Ups! Nein! Okay, der Busch ist gewartet, das wollte ich nur testen, das war mein einziger Beweggrund. Ja. Im Nachhinein. Ja, ja. Im Nachhinein. Das war immer so professionell. Wie kannst du nur? Ja. Zwar scheiße. Zwar ein richtig mieser Hook. Darf ich das mal zu sagen? Ja, ich hab aber beim Hook gerade gar nicht auf dich geachtet. Ich hab gerade auf den Draven geachtet. Ich wollte jetzt wissen, was der jetzt macht. Ja, aber der war viel zu langsam deshalb. Baron Belohnung. Oh yeah. Voll das effektierte Hook und so. Und yeah und... Aua. Was machen? Die will sie jetzt nicht hin und verwirren mit dem, dass sie da sinnlos rumspringen oder was? Warte mal, es dann ist ready. Äh... Jetzt. Äh... Jetzt. Waren wir noch auf die nächste Wave und dann probieren wir wieder Traven. Mein Flash habe ich auch ready, das wird lustig. Aber ich muss wahren, denn. Aber der Trash ist auch wahren, denn. Na, du bist auch so wahren, denn. Äh, hörst du auf? Ja. Wie ist das? Ja... Flaschen konnte ich jetzt gerade nicht. Sorry, aber ich musste die Gelegenheit nutzen. Vollfade. Oh, Ulti Stufe 2. Oh no! It's a trash! Weißt du, was mir so auffällt? Der Draven verprasst sein Mana, obwohl er überhaupt nichts macht. Ja, das ist total cool. Ich halte mich ja diesmal zurück. Normalerweise haue ich auch sinnlos Skills vor, aber da ich ja... Ich warte jetzt, bis er kein Mana mehr hat. Ja, hilf mich nur, ich habe Blood First. Er hat jetzt schon fast kein Mana mehr. Hallo? Oh ja, benutze die Laterne. Komm schon, komm zu Draven. Du weißt, dass er dann ein Schild bekommt. Ja, und? Er steht genau vor meiner Nase, das heißt Stun, Sloan. Die ganze Scheiße halt. Ja, ich habe gerade verhäugt. Äh, tut mir leid, weil... Falls man das jetzt gesehen hat, das war Absicht, dass ich den Nimm geschossen habe. Ja, ja. Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt, wir sind scheiße, bis die ist auch. Hey, Trash! Ja, Mann, komm her hier. Oh Gott, ich habe ihn wieder den Nimm geschossen. Hey, Hilfe, Hilfe. Achso, warte mal. Äh, nein, nein! Ja, well played. Jetzt! Voll in Ruhe! Nice! Ja, dass das Hechel vom Trash fällt gerade mehr auf uns zu. Warte mal, da macht es noch schnell Zauber. Ja, stimmt. Ich habe mir gerade gedacht, ich ignoriere dich jetzt einfach mal und geh mal auf den Zwölfen, weil sonst kann der, dann kann der nämlich keinen Scheiß anstellen. Ja, das war eine sehr geile Entscheidung. Ich habe da am Anfang wollte ich schon rumheilen, bitte hilf mir! Aber dann habe ich sie gecheckt. Und dann habe ich eh gleich Stun rausgehaut. Oder habe ich... 1.800 Gold, ich glaube, dass, ähm, I think it's going for me, bitte. 1.900. So, pass auf. Äh, der, der, der. Ne, Stetix kaufe ich jetzt nicht. Das ist ein Ding. Ich kaufe das hier und das hier und, äh, Angriffstempo. Habe ich nicht vorher irgendwas für Angriffstempo gekauft? Ne, habe ich nicht. Die Klinge sehe ich aber noch aus, diese blöde Klinge. Moment, ich warte noch kurz auf die scheiß Angriffstempo-Klinge. Ach, da geht es jetzt runter. Ach, wie schön. Okay, ich kann nicht auf die Angriffstempo-Klinge warten. Ich muss ein bisschen und disponieren. So. Was bringen denn diese scheiß Kluftkröten? Ach, die heilen, oder was? Das ist ja geil. Pass auf. I'm on my way, but I'm very slow. Oh, Lysandra kommt auch. Ist das schön. Oh, und da ist auch noch ne. Ich habe jetzt 2140 Attack Damage und ich hau jetzt gleich alles um. Aber ich habe vorher schon gemerkt, ich mache mir Schaden wie Thresh. Äh, wie Draven. Ja, ist ja klar. Wenn der um ist, was soll er da groß Schaden machen? Oh, ich habe es noch nicht. Ah, je. Kann ich da hochnehmen. Da war gerade ein je. Da war gerade, da ist immer noch ein je. Da hat er Heimendinger. Buja. Ja, sorry. Man, wir hätten Heimendinger auch noch. Da, da. Das Wegrennen ist immer noch schlecht. Wart. Hast du? Oh, Linie. Was ist denn das für ein Wart? Das ist ein Wart. Ein Wart. Bleibst du schneller? Ich hab Boots. Stufe 2. Das müsste eigentlich... Ja, wenn du was Schlechtes hast, dann nicht. Ich hab ein Ninja-Tubby. Ich hab die komischen Bewegungs-Angriffstempo-Boots. Nicht immer habe ich die Carry. Oh ja, hab ich Platzfeste. Schön. Jetzt geht wieder mein Blutschild. Hallo? Kommt da wieder mal was? Nö. Ach, die sind top. Ja, perfekt. Lass uns schnell die Lane einreißen. Alter, die sind top und trotzdem macht nächstes Double-Gill. Oh, und Dreifach-Tötung. Sehr schön. Also, liebe Fans oder Zuschauer, ich weiß ja nicht, ob ich... Oh, Quater! Oh, na, Heimerding ist auch noch oben. Oh ja, jetzt kommt der Panther. Mann... Nooooooo. Was ich aber nicht bemerken, ist, dass wir gerade beide Tüme einreißen. Wow, der Eddiebitte sieht ja cool aus. Vorsicht. Prost. Ach so. Kommt, du Bitch. Ja! ja so gut war da da und nicht dass ich ja auch schon mehr achte jetzt ist erster jetzt habe ich Angst ja ich auch vorwärts abgeben das in den hübschern mal in die Köln sein ihren bach da schnell klauen ihren Bluboff glaube ich ja das ist aber ich glaube ich das ist das ist das ist das das ist nur ein Ding ist irgendwie ein anderes Icon oder was? Ja. Warte mal, brauchst du Blubuff? Äh, vielleicht, ja. Ich meine... So, ich wettet. Boah, schnell, komm! Ich bin nicht zu unterstützen. Wir haben eigentlich keinen Verbündeten. Doch, nice is. Und der wird gerade voll gegankt da oben. Ja, wenn wir jetzt da durchgehen, müssen wir das bekommen. Ja, das ist gut. Vielleicht drehen sie dann ab. Ne, tun sie nicht. Äh, ja. Ich hab keine... Wir müssen aber aufpassen, wenn jetzt da... Fokus ist Raven. Äh, ja. Äh, die Zeit... Ich zieh einfach mal die ganzen Minions zu mir. Ich geh mal woanders hin. Wir treffen uns hier. Ah, ich verwirr der neue Dschungel hier. Komm hier runter, zu den Junglern. Äh, ja, ich hab mich schon verlaufen. Ich hab ein Gnarr hinter mir. Oder ein Gnarrl, oder... Pass auf, Gnarr. Immer noch auf dem Weg. Echt, dass ich da... Hallo. Wo, wo, schnell. Wir müssen Shyvana safen. Was tun die eigentlich in unserem Channel? Zu viel. Da war was, oder? Irgendwas war da, wenn's im Jungle Ja, irgendwas war da, und äh Barron, Barron, Barron Ich will den neuen Barron sehen, ich will den neuen Barron sehen Na gut, dann sehen wir halt mal Ja, wir waren auch mit 29 zu 7 in der Überzahl, also dementsprechend Wir waren 29 zu 7 Wir sind scheiße, aber wir gewinnen trotzdem Naja, so scheiße waren wir nicht Ich bin nur einmal gestorben, das ist neuer Rekord, glaube ich Ja, wir sehen uns zur nächsten Runde wieder Tschüss Was waren das für ein Tschüss Tschüss